Ah, irgendwas habe ich vergessen, oder? Ich bin doch jetzt nicht mehr zu Hause. Oh Gott, habe ich das Glätteisen angelassen? Scheiße! Oh Gott, ich muss nochmal zurück. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe heute ein Video, in dem ihr euch, glaube ich, wirklich alle wiedererkennen werdet. Also vielleicht nicht in allen Szenen, aber in der einen oder anderen auf jeden Fall. Und zwar geht es heute um merkwürdige Ticks, Angewohnheiten und Situationen, die wir alle haben und die uns allen passieren und die wir, glaube ich, einfach alle kennen. Und in diesem Video gibt es ausnahmsweise mal keine Videofrage, sondern ich möchte, dass ihr mir die Situation, in der ihr euch erkennt, einfach mal in die Kommentare schreibt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und los geht's! So, jetzt geht's endlich schlafen! Oh mein Gott! Okay, noch einmal drehen, richtige Position finden. Irgendwas stimmt nicht. Okay, ich habe vergessen, meine Füße abzudecken. Einfach mal schnell nachholen und so tun hätte ich ja nichts gewesen. Anna, ich habe dich vorhin angerufen. Warum bist du nicht drangegangen? Oh, sorry, ich habe dich wirklich einfach nicht gehört, Mama. Mein Fernseher läuft so laut und das Handy war im Bad. Und du weißt doch, ich habe es einfach immer auf laut los. Deswegen habe ich dich einfach nicht gehört. Oh nee, wer ist das denn? Mama? Oh nee, ich will jetzt wirklich gar nicht telefonieren. Bestimmt muss ich wieder irgendwas machen. Ich werde jetzt einfach nicht drangehen. Ist wohl das Beste. Naja. Kommen wir dann zu der nächsten Sache und die kann ich euch leider nicht zeigen, aber die ist wirklich sehr verrückt. Und zwar manchmal, wenn mir langweilig ist und ich halt einfach irgendwie eine Serie gucke oder so, fange ich an, mit meiner Zunge meine Zähne zu zählen. Muss ich mich jetzt komisch fühlen? Bin ich total bekloppt oder keine Ahnung? Bitte schreib mir, wenn du das auch machst, unbedingt in die Kommis, dass du es tust, weil, oh mein Gott, ich wäre froh, wenn ich nicht alleine damit bin. So, Handy noch ab in die Tasche und dann geht's los. Moment, wo habe ich jetzt nochmal mein Handy hingepackt? In den Hosentaschen? Nein. Hä, wo ist das? Das kann doch nicht weg sein. Oh nee, scheiß Schirm. Habe ich's? Nein. Oh Gott sei Dank, da ist es ja. Gut, dann kommt's doch wieder da rein. Oh ja, Leute, wer von euch kennt das? Ihr nehmt euch eine richtig geile, runde Raffaello. Und was macht ihr? Ihr macht zuerst die Kokosraspeln ab. Ganz langsam mit eurer Zunge. Okay, ich übertreibe etwas. Aber ja, und dann esst ihr den Rest. Wer macht das von euch? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Ich mach das immer wieder. Kommen wir dann auch schon zu der nächsten Sache, die ein bisschen merkwürdig ist. Und zwar kann ich dir leider auch nicht vormachen, weil das in meinem Kopf passiert. Aber kennt ihr das? Ihr sitzt wieder irgendwie an der Haltestelle oder ihr werdet einfach so ein bisschen nachdenklich. seht dann einen Gegenstand und fangt an zu zählen, wie viele Seiten der Gegenstand hat. Und dann fange ich wirklich an zu gucken, okay, das ist erste Seite, zweite, drei, vier und dann gehe ich immer die Kanten entlang und vorne, hinten, rückwärts. Also, ist das normal? Kann mir das jemand in die Kommentare schreiben? Ich fühle mich immer sehr merkwürdig, wenn ich das mache und mich dabei erwische. Aber ich mache es tatsächlich immer wieder. Dazu muss man aber sagen, so ganz normal war ich eh noch nie. Hey Anna, ich muss dir unbedingt was erzählen. Ich habe so eine verrückte Scheiße mitbekommen. Das glaubst du gar nicht. Oh Mann, mich interessiert ihr Gelaber ja überhaupt nicht. Ja, sie darf das nur nicht merken. Boah, was könnte ich heute Abend essen? Irgendwie habe ich Bock auf was Geiles. Oh ja, ein Eis oder Pizza. Oh Mann, sie hat einfach nicht aufzureden. Oder vielleicht Kuchen? Was hältst du davon? Würdest du sowas auch machen oder hast du das schon mal gemacht? Ja, natürlich mache ich das. Klar, jeden Tag, jeden Tag. Scheiße. 20 Minuten später. Äh, irgendwas habe ich vergessen, oder? Ich bin doch jetzt nicht mehr zu Hause. Oh Gott, habe ich das Glätteisen angelassen? Scheiße. Oh Gott, ich muss nochmal zurück. Leute, kennt ihr eigentlich auch diese Menschen, die ihren Wecker immer auf eine ungerade Zahl stellen? Also immer auf 7.33 Uhr anstatt auf 7.30 Uhr? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch einer von diesen Lümmeln seid. So, meine lieben Freunde und damit wären wir jetzt auch schon am Ende des Videos angelangt. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ich freue mich sehr über einen Daumen nach oben von euch. Und dann könnt ihr hier an der Seite einfach ein paar ältere Videos von mir auschecken. Übrigens müsste eigentlich auch noch meine Verlosung laufen. Also schaut unbedingt bei meiner Morgenroutine Kind versus Teenager vorbei, wenn ihr vielleicht noch nicht an der Verlosung teilgenommen habt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Und bis dahin. Tschüss, Leute.